Bei uns laden Sie ein kleines Info-Update. Ingolstadt, der Drittligist, trennt sich vom Trainer Rüdiger Rehm. Nach schwachen Leistungen haben sie ihn jetzt entlassen. Ein Nachfolger ist noch offen, da weiß man noch gar nichts. Es ist gerade frisch reingetrudelt und man darf da abwarten, wer neuer Trainer wird. Ciao, ciao.